Manchmal fragt sie mich, was ich tun würde, wenn ich es mir aussuchen könnte. Und ich sag dann immer, ich wäre gern Tiger Woods. Jede Woche ein paar Millionen Dollar machen, nachmittags den Golfball in Spanien oder Florida rumschubsen, Dralle Blondinen. Diesen Teil lasse ich allerdings immer aus. Sie sagt dann, nein, im Ernst. Und ich sag, das ist mein Ernst. Und sie, nein, du musst schon realistisch bleiben. Ich sag, was ist dann der Witz an diesem Spiel? Du fragst mich, was ich tun würde, wenn ich es mir aussuchen könnte. Und wenn ich es dir sage, kommst du und sagst mir, ich könnte es mir scheiß nochmal nicht aussuchen. Was willst du eigentlich hören?